Der Frühling war heute zumindest im Norden ziemlich sonnig. Claudia, bleibst du denn so? Na ja, Thomas, im Süden merkte man heute nichts davon bei 4 Grad und Dauernebel, Hochnebel. Und diese Nebelproblematik, die gibt es auch morgen. Dann aber gehen die Temperaturen steil bergauf. Sie sehen es am Trend für Leipzig für Mittwoch. Große Unterschiede, große Unsicherheit. Irgendwas zwischen 10 und 18 Grad werden wir haben. Wahrscheinlich wird es dort noch am Mittwoch ziemlich warm bleiben. Da kommt dann nämlich eine Luftmassengrenze nach Deutschland herein. Und zieht dann von West nach Ost. Morgen Vormittag Nebel, Hochnebel im Süden und Westen, im Norden schon richtig sonnig. Auch im Laufe des Nachmittags wird es nach Nordosten freundlich bleiben. Vor allem im Westen von der Nordsee runter bis zum Saarland. Dichte Wolkenfelder, tief hängende Wolken. Temperaturen unter diesen Wolken auch meist nur 4 bis 9 Grad. Sonst geht es rauf auf bis zu 13 Grad. Dann ab und zu Schauer am Dienstag. Im Süden und Osten relativ warm. Im Mittwoch nur im Osten noch bis zu 20 Grad. Von Westen deutlich kühlere Luft. Da haben wir es dann gerade mal noch mit 6, 7 Grad zu tun.